Ich erzähle euch schon seit einigen Videos etwas über den Bereich der Gebrauchstauglichkeit, vor allen Dingen in dem Sinne, als dass es über die eigentlichen streng ergonomischen Inhalte dieser Vorlesung hinausgeht. Ich habe euch was über Konventionen und über Sprache erzählt und häufig da bereits schon gesagt, es geht ums Testen bzw. es geht nicht ohne zu testen. Und dieses Testen als eine der wirklich wichtigen Techniken im Bereich der Gebrauchstauglichkeit will ich hier ziemlich kurz anreißen. Über diesen Bereich alleine könnte man ganze Vorlesungen halten. Wichtig, warum man testen muss, ist, das habe ich schon angedeutet, dass Gestaltungsempfehlungen nicht ausreichend sind. Das steht zum Beispiel auch auf dieser Seite, dieser Internetseite hier von Microsoft herausgegeben. Und da werden interessante Gründe angegeben, warum man auch ein Usability-Testing machen muss und warum User-Interface-Guidelines nicht ausreichen. Und zwar behaupten wir und sind auch sehr davon überzeugt, dass unsere ergonomischen Forderungen besser sind, als viele der User-Interface-Guidelines, die so da draußen sind, vor allen Dingen auch, weil sie besser begründet sind. Trotz allem stimmt aber alles, was hier steht, nämlich, dass unterschiedliche Kombinationen zu abweichenden Ergebnissen führen können. Das heißt, man kann schlecht voraussagen, wenn man so im Vorfeld gestaltet, was hinterher damit eigentlich passiert, wie das wohl aufgenommen werden wird. Die Konflikte, die es gibt, wir haben ja sehr viele Design-Konflikte hier besprochen, immer wieder sind sie uns aufgekommen, die werden in verschiedenen Konstellationen unterschiedlich aufgelöst. Wir haben auch oft gesagt, es hängt vom Kontext ab, wie sie aufgelöst werden. Und diesen Kontext, wie wollen wir ihn kennen? Wir können ihn natürlich aus dem Nutzungskontext ableiten, aus dem Nutzungszusammenhang, aus der Aufgabe ableiten. Aber so hundertprozentig sicher sein können wir da natürlich nicht. Und das bezieht sich natürlich ganz extrem darauf, dass wir ständig Annahmen darüber machen müssen, wie Nutzer etwas schon aufnehmen werden und wie sie es verstehen würden. Das heißt, wir brauchen einen Abgleich mit dem Nutzer. Das muss jetzt nicht unwahrscheinlich aufwendig sein, dass man irgendwie einen riesigen Bohai machen muss für einen Usability-Test. Wir werden gleich durchaus ein paar Beispiele sehen, wo wir sehen, dass es mit weniger Leuten und wenigen Leuten durchaus auch zu schaffen ist. Aber dass man es durchführen muss oder sollte zumindest, da kommen wir um diese Erkenntnis nicht herum. Es gilt übrigens auch umgekehrt. Es ist auch nicht so, dass wir mit einem Usability-Test die Überlegungen zur Ergonomie einfach für überflüssig erklären. Denn in der Ergonomie haben wir viele Forderungen aufgestellt, die es zu erfüllen gilt, weil sie der Wahrnehmung des Menschen entsprechen, weil sie dem Umgang des Menschen mit Artefakten in den Denkprozessen seiner Umwelt entsprechen oder weil sie der digitalen Technologie und den Potenzialen, die sie bietet, entsprechen. Denkt an unsere Ausführungen am Anfang zurück. Die bei nicht erfüllend zu erzwungener Sequenzialität führen, aber die in einem Test nicht unbedingt als Problem herauskommen beziehungsweise die vielleicht als Problem herauskommen, für die dann aber keine Lösungen abgeleitet werden könnten. Das heißt, diese beiden Dinge, diese ergonomischen Überlegungen auf der einen Seite, wo es im großen Teil dieser Veranstaltung drum ging, und jetzt der Notwendigkeit zu testen, die greifen Hand in Hand. Die ersetzen einander nicht. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Okay, wir müssen also testen. Ein Problem beim Testen ist, ich müsste eigentlich frühzeitig testen. Ich müsste eigentlich von vornherein testen und nicht erst am Ende. Denn wenn ich am Ende erst teste, wenn ich eine Software schon fertig habe und teste sie und dann kommt heraus, um Gottes Willen, die Leute verstehen das gar nicht oder das Hauptprinzip, das Haupt-User-Interface sorgt für Probleme, dann kann das richtig teuer werden. Das heißt, ich sollte frühzeitig testen. Dafür gibt es Lösungen. Unter anderem die Lösungen des Rapid Prototyping, dass man also sagt, wir erzeugen Software so, dass es sehr früh Prototypen gibt und wir nicht irgendwie eine jahrelange Entwicklungsphase haben und erst dann in Testphasen gehen können, sondern dass Tests quasi in die Entwicklung eingebaut werden können. Wenn das sehr früh passieren soll, schon in der Planungsphase, dann bietet sich eine Technik an, die sich Paper Prototyping nennt. Und da geht es dann tatsächlich darum, dass wir einen Prototypen erzeugen, ohne dass wir überhaupt eine Software haben müssen, sondern wir haben diese Software, dieses User-Interface der Software, quasi aufgemalt auf Papier oder auf verschiedene Stücke Papier. Mit nur einem Blatt Papier wird man üblicherweise nicht umhinkommen. Und was machen wir dann? Wir haben eine Versuchsperson, die setzen wir dahin, die soll eine Software benutzen, deren User-Interface sie immer auf Papier zu sehen kriegt. Das Ganze wird üblicherweise aufgezeichnet. Das heißt, wir haben üblicherweise eine Kamera da, die das Ganze aufzeichnet. Und dann haben wir außer dieser Versuchsperson, die natürlich dem Nutzer entspricht, noch ein paar andere Leute im Raum. Zwar einen Beobachter, den wir brauchen, oder mehrere können das natürlich auch sein, die mitschreiben, was ihnen eigentlich auffällt. Und zwei weitere Personen, die eine Funktion haben in dem Ganzen. Das eine ist der Versuchsleiter, der Aufgaben rausgibt und Anleitungen gibt, also dem Nutzer erzählt, was er eigentlich tun soll. Das kann auch zwischendurch mal sein, aber die Hauptaufgabe liegt wohl am Anfang, dass man am Anfang die Aufgabe gut erklärt. Und dann gibt es eine weitere Person, die den Computer spielt. Das heißt, der Nutzer macht ja irgendetwas auf diesem User-Interface. Er schreibt vielleicht irgendwo was rein und drückt dann einen Knopf, in dem man da einfach mal so drauf tippt. Das muss man dem Nutzer natürlich vorher erklären, wie er das machen soll. Also man spielt ja so. Also man muss da dieses Spiel natürlich vorher gut erklären, was die Aufgabe des Versuchsleiters ist. Und dann muss ja etwas passieren. Das heißt, dann sucht der Teilnehmer dort, der Anwesende, der den Computer spielt, sich ein entsprechendes Blatt Papier heraus und legt das da drauf oder tauscht das ganze Blatt aus, sodass ein Nutzer dieses User-Interface durchspielen kann, ohne dass es überhaupt schon eine Programmierung gäbe. Eine Variante davon ist übrigens, so etwas in PowerPoint zu machen. PowerPoint-Prototypes sind durchaus auch beliebt. Und es gibt auch Software, die man kaufen kann. Es gibt auch freie Software übrigens von, wo man solche Paper-Prototypes in Software erzeugen kann. Das klingt jetzt widersinnig, aber warum entspricht das trotzdem den Paper-Prototypes? Es liegt daran, dass dieses einfache, gesketchte Aussehen, was ihr hier ja auch seht, dass das dann in diesen Prototypen auch in der digitalen Variante so aussieht. Und das hat durchaus einen psychologischen Effekt, denn kein Mensch würde annehmen, dass das eine fertige Software ist, wenn er das sieht. Und das wird durch dieses Gesketchte sehr gut vermittelt, weswegen es sich anbietet, dann auch sowas zu verwenden und nicht irgendwie einen High-End-Mockup, einen Hochglanz-Mockup zu machen. Denn dann würde der Nutzer das höchstwahrscheinlich für eine tatsächlich fertige Software halten und würde irgendwo in einem anderen Modus auch über Probleme sprechen, die an dieser Stelle noch gar nicht relevant sind, denn die Software gibt es ja so noch gar nicht. Rapid Prototyping und Paper Prototyping und auch ein PowerPoint Prototyping, das ist natürlich etwas in einer ziemlich frühen Phase des Ganzen. Es geht dann aber natürlich auch weiter, also auch mit schon vorhandenen Versionen, Vorversionen oder auch aktuellen Versionen kann und sollte man Nutzertests machen. Und Nutzertests zeichnen sich dadurch aus, dass wir sie mit echten Benutzern machen. Das heißt, wir suchen uns Leute, die aus dem Benutzerkreis kommen oder zumindest potenziell dem Benutzerkreis entsprechen. Also nicht unsere Entwickler und auch nicht unbedingt andere Informatiker, es sei denn, das ist ein Tool natürlich für andere Informatiker, sondern wir suchen uns Leute, die in dieses Umfeld hineinpassen. Das sind also Laien bezüglich der Software selbst, dem User Interface, aber in der Regel Fachleute in Bezug auf das, worum es dabei geht. Nehmen wir ein Beispiel, es soll das Campus Management, wo man sich für Klausuren an- und abmelden soll, bei uns in Paderborn heißt das ja Paul, das soll getestet werden. Das macht man natürlich nicht mit Kassiererinnen aus dem Supermarkt, denn die haben ja von der Materie, um die es da geht, wenig Ahnung oder wenig Bezug, zumindest wenn man davon ausgeht, dass es jetzt nicht alles Studenten sind, sondern wir machen das mit Studierenden eben oder mit Verwaltungsangestellten aus der Universitätsverwaltung, im Zweifelsfalle beides. Die sind Fachleute, um das worum es geht, aber sind nicht Fachleute in der User Interface Entwicklung selber. Wichtig ist bei solchen Tests, was das Ganze auch sehr schwer macht, man muss wirklich sorgfältig planen, denn man kann das nicht beliebig oft machen. Man kann die gleichen Leute nicht mehrfach verwenden, die sind verbrannt. Wenn die das einmal gemacht haben, dann können die das nicht noch mehr machen, denn man kommt ja nicht mehr in den Stand von davor zurück. Das ist ja bei euch auch so, wenn ich jetzt irgendwie vor der Veranstaltung eure Annahme über User Interfaces hätte wissen wollen, dann kann ich das an vor der Veranstaltung einmal proben, aber hinterher nicht nochmal, denn ihr kommt in diesen Zustand ja nicht wieder zurück. Und wer diesen Test gemacht hat, der hat natürlich seine Erfahrung gemacht und der kommt nicht wieder zurück. Das heißt, man hat die Leute tatsächlich verbrannt. Und es ist nicht so einfach, Leute zu finden. Das heißt, man muss aufpassen, dass man da vorher vernünftig plant. Wichtig ist das vor allen Dingen, was diese ganze Umgebung angeht, des Ganzen. Das heißt, dass man das vernünftig plant, dass die Aufgabe vernünftig beschrieben ist, dass man dafür sorgt, dass die Tests auch vernünftig durchgeführt werden können. Da werde ich gleich noch ein paar Beispiele dazu geben. Wichtig ist dabei, dass man den Test mal testet. Und da kann man durchaus auch Leute nehmen, die durchaus ein bisschen schon damit zu tun haben. Und da kann man auch mal Leute mehrfach nehmen. Denn diese Fehler im Test, die bemerken die Leute dann meistens doch. Wie sieht so ein Test eigentlich aus? Hier diese Abbildung zeigt so ein ganz typisches Szenario, einen ganz typischen Aufbau von so einem Usability Lab. Hier sieht ihr den Testraum und da gibt es Videokameras drin und diese Videokameras zeichnen auf. Und zwar einmal von hinten, sodass man den sieht, was auf dem Bildschirm passiert und einmal von der Seite den Nutzer. Und daran seht ihr, das Bild ist vielleicht auch schon ein bisschen älter, denn die Aufzeichnung des Bildschirms, die kann man natürlich auch auf andere Arten und Weisen machen. Man kann also natürlich ein Screencasting da machen. Aber eine weitere Aufzeichnung der Person ist hilfreich, denn dann sieht man, wo die Person ins Straucheln gerät, wo sie Schwierigkeiten hatte. Das sieht man den Gesichtsausdrücken ja sehr gut an. Gut, dann ist jetzt hier abgebildet ein richtig professionelles Labor. Da haben wir einen halbdurchlässigen Spiegel. Das ist so, wie man das aus Krimis auch so kennt. Und dahinter, da sitzen Leute, die Aufzeichnungen machen. Unter anderem sind auch die Entwickler mit dabei. Dies ist ein sehr aufwendiger Aufbau. Man kann das sehr viel einfacher machen, so wie es hier abgebildet ist. Und auch das seht ihr, ist schon was älter. Man braucht auf jeden Fall nicht diese vielen Leute und man braucht auch nicht so ein Labor, sondern man kann das gerade heute relativ einfach, ich will nicht sagen überall, aber an vielen Orten machen, wo, naja, eine gewisse Ruhe ist. Das ist schon notwendig. Also man muss es hinbekommen, dass man eine ruhige Situation macht. Das sollte man nicht irgendwo auf einem Flur, so zwischendurch und zwischen Tür und Angel machen, sondern es sollte schon ein Raum sein, wo die Leute sich auch konzentrieren können und wo man eine vernünftige Aufzeichnung auch sicherstellen kann. Und dann hat man eigentlich heute relativ wenige Probleme, das Ganze eigentlich hinzubekommen. Also mit Screencasting und Webcam kann man es im Prinzip fast mit einem Laptop machen. Man sollte vielleicht drüber nachdenken, vielleicht nimmt man besser eine externe Kamera, damit man den Nutzer nicht so ganz extrem an eine Position bindet. Was man generell bei User-Tests machen sollte, ist, man darf nicht zu viel machen. Also man darf den Nutzer jetzt auch nicht überbeanspruchen, sondern man muss sich Szenarien ausdenken, die da getestet werden sollen, von denen man sich etwas verspricht und die sollten nicht sehr lang sein. Das heißt, was hier steht, drei bis vier Szenarien, von denen jeder nicht länger als 45 bis 50 Minuten dauert, das finde ich persönlich schon sehr lang. Also man sollte vielleicht eher noch kürzer gehen bei dem Ganzen, denn man muss ja immer mal sagen, man beansprucht die Leute schon sehr und die Leute sind dann in einer Situation, die auch für sie sehr unüblich ist, dass sie so lange sich auf eine Aufgabe so auf diese Art und Weise konzentrieren müssen. Wiederum sehr viel aufwendiger von der technischen Seite, aber dafür auch sehr interessant, was die potenziellen Ergebnisse angeht, ist das Eye-Tracking. Beim Eye-Tracking braucht man einen Eye-Tracker. Was macht ein Eye-Tracker? Ein Eye-Tracker ist ein Gerät, was üblicherweise unter einem Bildschirm angebracht ist. Man braucht dafür also üblicherweise ein festes Arrangement oder zumindest muss man das Arrangement stark kalibrieren. Das kann man nicht mal eben einfach so machen. Ein bisschen Aufwand notwendig. Die Dinger sind auch sehr teuer. Was dieser Eye-Tracker macht, der tastet quasi das Auge ab. Das heißt, da sind Kameras drin und da wird per Infrarot etwas auf das Auge projiziert, was die Kameras wiederum wahrnehmen können. Das heißt, man kann dann mit der Kalibrierung sehen, wo jemand auf dem Bildschirm hingeguckt hat. Diese Software dafür, die sorgt selber üblicherweise für eine Aufzeichnung des Ganzen. Aber so einen Test zu erzeugen, ist durchaus kompliziert. Das sollte man nicht mal eben so machen, sondern das bietet sich eigentlich dann an, wenn man auch eine starke Hypothese über etwas hat im Bereich des Eye-Tracking. Das kann man übrigens auch im Bereich der Ergonomie einsetzen und das haben wir auch schon gemacht. Wir haben in studentischen Arbeiten mehrere Untersuchungen gemacht mit Eye-Tracking. Und ihr seht das hier. Wir haben nämlich hier testen wollen, wie das eigentlich ist, wie zum Beispiel Meldungsfenster gestaltet sein sollten. Was ist eigentlich, damit wird es tatsächlich passiert, wenn man generische oder nicht generische Buttons hat. Dazu habe ich euch ja auch schon mal was gezeigt. Was passiert, wenn ein direkter Handlungsabschluss nicht möglich ist? Wir haben Tests dazu gemacht, wie es sich verhält mit Stapeln statt Umrahmen. Ob man das eigentlich tatsächlich sehen kann, dass mit dem Auge da versucht wird, der Linie zu folgen. Und wir haben auch Tests dazu gemacht, über Ablenkung. Wie sehr lenken eigentlich bestimmte Dinge ab? Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf dieses einfache Bildchen mal guckt, hier unten, dann sieht man da schon, das sind natürlich jetzt nur wenige Beispiele, ausgewählte Daten, aber die Aussage, die wir damals mal hatten, dass dieses Icon nicht angeguckt wird, das sieht man hier schon ziemlich gut. Apropos wenige Leute, beim Eye-Tracking, aber auch bei Usability-Tests überhaupt, kommt es nicht unbedingt darauf an, sehr, sehr, sehr viele Leute zu haben. Denn die Anzahl der Fehler, die gefunden werden, die nimmt mit der Anzahl der weiteren Leute, die man hat, ab. Was auch logisch ist. Eine Person findet schon relativ viele Fehler. Und wenn man jetzt ein paar Personen dazu nimmt, die vielleicht auch einen anderen Hintergrund haben, das ist immer ganz schön, wenn man da ein bisschen mischt, dann finden die andere Fehler. Aber irgendwann, ja gut, es könnte sein, dass irgendwann der 20. nochmal eine andere Einsicht hat und den genialen Hinweis gibt, der einem vorher gefehlt hat. Aber es ist unwahrscheinlich, es wird immer unwahrscheinlicher, je länger man das vorzieht, je mehr Leute man da reinnimmt, dass man noch weitere, Fehlerbeschreibungen findet. Deswegen ist es tatsächlich so, ein Usability-Test, den ihr macht mit nur 4 Personen oder 5 Personen, das ist schon ziemlich gut und viel besser als keiner. Und, naja, wenn ihr dann sagt, wir nehmen stattdessen 20, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr nicht viel mehr findet. Spart euch besser die 15, die da noch übrig bleiben, und nehmt dann Leute für eine spätere Version, denn diese Leute am Anfang, die werden ja was finden und wenn die was gefunden haben, dann müsst ihr ja da ran und dann muss ja nochmal getestet werden, sinnvollerweise. Das heißt, verbrennt die Leute nicht zu schnell, indem ihr zu viele Leute da reinnehmt, sondern macht kleinere Tests und behaltet euch die Leute in der Hinterhand für den nächsten Durchlauf des Tests, denn die gleichen Leute könnt ihr ja nicht nochmal nehmen. So ein Test ist übrigens nur dann wirklich sinnvoll oder valide, wenn man das so sagen will, wenn man dafür sorgt, dass auch die Bedingungen überall gleich sind. Das ist besonders so, wenn man wissenschaftliche Tests machen möchte. Das ist vielleicht jetzt bei einem Usability-Test nicht so das Allerwichtigste, denn da, gut, man will möglichst viele Fehler finden, man möchte nicht die Leute unbedingt miteinander vergleichen oder irgendwelche Statistiken hinterher erzeugen. Aber auch dann sollte man dafür sorgen, dass die Leute unter gleichen Bedingungen etwas machen, denn sonst ist auch irgendwann schwierig, das Ganze überhaupt noch in Bezug zueinander zu bringen. Das heißt, die Aufgabenstellung sollte immer gleichgestellt werden oder zumindest sehr ähnlich gestellt werden. Man muss jetzt nicht steif etwas vorlesen, aber man sollte auch nicht dem einen irgendwie eine ganze Predigt halten und dem anderen nur sagen, nun mal los, sondern das sollte schon einigermaßen gleich sein. Die Vorab-Informationen zu dem Ganzen sollten auch immer gleich sein. Man gibt ja noch zusätzliche Informationen, was es damit eigentlich auf sich hat. Man lässt die Leute ja nicht einfach im Dunkeln stehen. Und wichtig, eigentlich an dieser Stelle am wichtigsten, die Gesamtsituation am Anfang, also die Systemsituation, die muss gleich sein. Das heißt, es sollte nicht so sein, dass man, wenn der zweite irgendwo reinkommt, dass dann die Software schon in einem verstellten Zustand ist oder die vorherigen Daten noch drin sind oder etwas, sowas, oder Daten, Dateien schon angelegt sind und solche Dinge. All sowas, da muss man aufpassen, da muss man mal aufräumen. Das heißt, sowohl im Raum, aber auch digital. Das heißt, die Software sollte wieder in dem gleichen Zustand sein, und dass auch alle die gleiche Aufgabe erledigen. Das ist schon sehr hilfreich, damit man überhaupt vernünftige Aussagen über das Ganze treffen kann. Was passiert in dem Test? Wie kriegt man mit, wo die Probleme sind? Eine übliche Technik ist das sogenannte Think aloud. Das heißt, man lässt die Leute etwas machen und die Leute sollen dabei reden. Das heißt, das muss man den Leuten natürlich etwas vorher erklären, was sie machen sollen. Das heißt, dass sie im Prinzip so ein bisschen Selbstgespräche führen sollen, dass sie also artikulieren, was sie versuchen zu tun, warum sie das tun und was sie davon halten, von dem, was sie sehen, also wie sie das interpretieren, was dabei herauskommt. Dieses Thinking aloud, das ist ein bisschen komisch. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, man wird so plemplem, wenn man dazu angeleitet wird. die ganze Zeit so vor sich hin zu brabbeln, zuwahl noch dabei auch beobachtet wird und das auch noch mit einer Kamera. Das ist schon komisch. Es ist auch so, dass die Aufgabenerledigung anders wird, wenn man darüber redet. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel irgendeine schwere Aufgabe lösen wollt, Matheaufgabe oder sowas, das euch durchaus schwerfallen kann und wenn ihr dann darüber reden müsst und das erklären müsst, dass ihr dann ganz anders drüber nachdenkt, da kommen wir nicht ganz raus aus der Situation, dass das unnatürlich ist. Man kann aber ein paar Tricks versuchen, um zumindest einige dieser Nachteile herauszukriegen. Die beiden Variationen, die hier stehen, haben jeweils damit zu tun, dass wir zwei Personen haben. Dass sich zwei Personen vor dem Rechner befinden und miteinander unterhalten. Das ist immer eine normalere Situation, dass sich zwei Leute miteinander unterhalten, als dass da einer sitzt und so vor sich hin brabbelt. Und brabbeln darf er ja noch nicht mal, denn es muss ja auch verstanden und ausgearbeitet werden können. Also diese Situation ist ja sehr komisch und eine Diskussion zwischen zwei Leuten, die das gemeinsam erkunden, die gemeinsam daran arbeiten oder in der zweiten Variante einer, der sich auskennt und einer, der macht, die sich aber trotzdem miteinander unterhalten, wobei aber dann natürlich nur die Versuchsperson auch tatsächlich arbeitet. Nutzen und Probleme des Ganzen von Usability-Test im Ganzen und dieser Think-Aloud-Technik, die schon eigentlich auch eine sehr dominierende Technik ist in diesem Zusammenhang im Speziellen. Der Nutzen ist klar. Ich sehe, wo derjenige in die Ecke läuft, wo die Versuchsperson Schwierigkeiten hat. Ich sehe, wo Verwirrungen sind, wo anfängliche Verwirrungen sind, wo also vielleicht mit einfachen Mitteln auch nachgeholfen werden kann. Ich brauche nicht viele Leute. Ich kriege schon viele Erkenntnisse von Anfang an und dadurch, dass ich eine Aufzeichnung habe, muss ich das nicht alles währenddessen mitpinnen. Das ist natürlich sehr schön und sehr wichtig. Das heißt, ich kann auch hinterher mir dieses Video angucken und die Auswertung machen und das sogar auf ganz verschiedenste Arten und Weisen. Das Ganze ist aber natürlich auch problematisch und zwar für viele Leute. Es ist sehr aufwendig, zeitaufwendig und Stress und zwar für alle Beteiligten Stress. Für die Testpersonen sowieso, weil man dieses, was habe ich ja schon gesagt, dieses Reden währenddessen und dann auch noch beobachtet werden, ist beides irgendwie unangenehm und komisch. Aber auch für denjenigen, der das aufschreiben muss, der den Test durchführen muss und die Anleitung geben muss, ist das viel Stress. Man kann keine wirklich ganz realistischen Aufgaben damit machen, denn man kann die Zeit des Nutzers ja nicht endlos beanspruchen und das nicht nur das, man kann ja auch nicht naja, die Komplexität der realweltlichen Aufgaben so wirklich nachbilden, denn dafür müssen sich ja auch naja, echte Aufgabenstellungen ergeben. Lass es mich an einem Beispiel versuchen. Eine komplette Steuererklärung zu machen, ist ein umfangreiches Werk und wenn ich eine Steuererklärung Software teste, dann kann ich ja wohl kaum den kompletten Umfang einer Steuererklärung der einzelnen Personen tatsächlich nachbilden, denn diese Situation befinden sich die Leute dann ja nicht. Das ist also eine schwierige, schwierige Angelegenheit, da eine realistische Herangehensweise zu finden. Ja, den Stress für den Versuchsleiter, den habe ich schon erwähnt, das geht über ganz viele Schwierigkeiten, derjenige, der dabei sitzt, wenn der es besser weiß, ach, also ihr kennt vielleicht aus der Schule oder auch aus der Uni diesen Fremdschirm-Moment, wenn einer aufzeigt und stellt eine Frage und redet absolut dummes Zeug. Ja, das kann natürlich schnell dann passieren oder man will dann irgendwie einen Tipp geben und dann klickt doch einfach da drauf, dann hast du es doch sofort, was eierst du denn jetzt da so herum, das ist sehr, sehr schwierig. Man muss sich da auch im Vorfeld Gedanken darüber machen, ob man eingreift und wenn man eingreift, was man dann eigentlich macht, was man vor allen Dingen auch dann macht, wenn derjenige es wirklich überhaupt nicht schafft. Das ist ja auch eine sehr demütigende Situation, in die man die Leute dazu bringen soll. Was wichtig ist in dem Zusammenhang, wir müssen uns Leitlinien überlegen und zwar vieler Art, wir müssen ethische Leitlinien haben und die sind jetzt alle sehr ähnlich, diese ethischen Leitlinien. Das heißt, wir dürfen eigentlich nie die Zeit des Nutzers verschwenden und das schon vor dem Test, während des Tests und auch nach dem Test und die sind jetzt auch alle einigermaßen ähnlich hier. Es geht immer darum, die Zeit des Nutzers nicht zu verschwenden. Vor dem Test bedeutet das, naja, der Test, der muss natürlich vorher fertig sein und man sollte nicht erst irgendwie anfangen zu rödeln, wenn der Nutzer kommt. Das ist etwas, was sehr respektlos dem Benutzer ist. Es gilt, eine angenehme Atmosphäre für den Nutzer zu schaffen und dazu gehören einige Dinge, nämlich, dass vor allen Dingen nicht der Nutzer getestet wird, sondern, dass die Software getestet wird. Es geht ja darum, Fehler in der Software zu finden und nicht Fehler beim Nutzer zu finden. Das muss man dem Nutzer auch klar machen. Was wichtig ist, wo man darauf aufpassen muss, man sollte ihm das nicht zu oft sagen. Also wenn wir den Leuten zu oft hier sagen, dass sie nicht getestet werden, dann nehmen sie irgendwann an, dass es genau um den Test von ihnen eigentlich hier geht. Also es gilt da ein Mittelmaß zu finden. Datenschutz ist natürlich wichtig. Im Vorfeld muss man den Leuten mitteilen, dass die Daten natürlich nur für diesen Zweck verwendet werden und nicht irgendwie hinterher verkauft oder anderweitig verwendet und auch nicht einfach sinnlos veröffentlicht, schon gar nicht mit personenbezogenen Daten werden, sondern dass das alles seinen geordneten Gang hat. Und es gilt natürlich auch, die Leute darüber zu informieren, was da alles passiert. Also, dass sie aufgezeichnet werden per Kamera und auch, dass der Screen aufgezeichnet wird, dass auch der Ton aufgezeichnet wird, das müssen die Leute vorher wissen, damit sie auch sagen können, dass sie das nicht wollen. Wir wollen ja hier keine Leute zwangsverpflichten, irgendwie an einem Test teilzunehmen, sondern die Leute sollen ja nur dann teilnehmen, wenn sie auch teilnehmen wollen. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Und darüber, dafür muss man natürlich informiert sein. Während des Tests geht es weiter. Die Zeit des Nutzers nicht zu verschwenden ist natürlich nach wie vor wichtig. Das heißt, wir lassen den Nutzer auch nur das machen, worum es geht und nicht irgendwie alles mögliche andere auch noch. Er soll jetzt nicht irgendwie den Rechner auch noch booten und all diese Dinge, sondern nur wirklich das, worum es eigentlich geht. Die Zeit des Nutzers nicht verschwenden. Die angenehme Situation ist nach wie vor wichtig und das hat vor allen Dingen viel mit dem Raum zu tun und mit der Art, wie der Test an sich so gestaltet ist. Dass man also einen Test macht, den derjenige auch erfüllen kann und nicht denjenigen in eine Testsituation bringt, wo es gar nicht zu einem Erfolgserlebnis kommen kann. Dann, dass man die Aufgaben so präsentiert, dass der Nutzer von einer zu anderen geht und nicht gleich irgendwie vor so einem riesigen Berg steht. Auch, das bezieht sich auf das von gerade zurück, wir testen ja nicht den Nutzer, dass wir nicht irgendwie zu sagen, Mensch, sind Sie aber blöd oder Sie kriegen das ja gar nicht hin. Und wenn ein Nutzer das nicht mehr möchte, wenn ein Nutzer irgendwie den Eindruck hat, also mir wird das alles zu viel und mir ist das jetzt hier peinlich oder sonst wie, dann muss man aufhören können und das muss man auch können, ohne, dass es jetzt irgendwie böses Blut hinterher gibt oder da irgendwelche Sprüche kommen. Das ist völlig in Ordnung, sich in so eine Situation nicht begeben zu wollen. Das ist die typische Situation irgendwie, die so ein bisschen vergleichbar ist mit mündlichen Prüfungen. Und wer von euch so eine mündliche Prüfung schon mal gehabt hat, das ist unangenehm, ist eine unangenehme Situation. Jetzt kommt man manchmal bei Prüfungssituationen nicht drum herum, aber hier, wo jemand einem wirklich nur helfen soll und dieser, wo jemand diese Situation vielleicht unangenehm empfindet, da sollte man jemanden auf keinen Fall dort hinein zwingen. Nach dem Test geht das Ganze weiter, dass man sich bei dem Nutzer natürlich vernünftig bedankt, denn es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und dass man ihm klar macht, dass derjenige sehr weitergeholfen hat. Vielleicht auch, wenn es nicht stimmt, aber man sollte dem Nutzer trotzdem ein positives Gefühl geben. Man sollte den Nutzer darüber informieren, wofür das Ganze ist, sollte man natürlich am Anfang schon gemacht haben, aber häufig wird es ja wohl so sein, dass ein Nutzer im Laufe des Tests dann irgendwann ins Grübeln denkt und denkt, was habe ich eigentlich gerade gemacht, wofür brauchen die das wohl und dann muss man das hinterher klar machen und wichtig auch wieder der große Bereich des Datenschutzes, das heißt auch dem Nutzer klar machen und natürlich auch für sich selber nicht nur klar machen, sondern auch tatsächlich so handeln, dass man diese Daten nicht weitergibt und schon gar nicht auf eine Art und Weise weitergibt, die einen Rückschluss auf die Einzelperson erlauben würde. Das geht natürlich wirklich überhaupt nicht. Letztendlich geht es bei den ganzen ethischen Fragestellungen immer nur darum, den Nutzer mit Respekt zu behandeln. So, jetzt habe ich euch eine ganze Menge erzählt über Usability-Tests mit Nutzern und das ist auch ein sehr wichtiger Bereich und auch ein sehr außergewöhnlicher Bereich im Vergleich zu dem, worüber wir vorher so besprochen haben. Das vorher war ja alles sehr stark ein Experten- und Konzeptwissen und jetzt geht es ja darum, dass wir tatsächlich mit unbeteiligten Menschen, also ihr wisst, was ich meine, in dem Sinne von nicht an der Gestaltung direkt beteiligten Menschen sprechen und die dort mit hineinnehmen. Das ist aber natürlich nicht alles. Es gibt auch noch andere Methoden im Bereich der Usability und des Usability Engineering, sehr viele sogar. Die kann ich euch gar nicht alle erzählen. Ich kenne sie auch nicht alle, um da ganz ehrlich zu sein. Ich möchte aber auf jeden Fall darauf hinaus und das auch noch mal erzählen, dass es nicht nur diesen Testbereich, diesen großen Testbereich gibt, sondern dass es auch Experten-Reviews gibt, wo man also Leute, die sich damit auskennen, bittet, sich das anzugucken. Und das läuft natürlich ganz anders ab und hat natürlich starke Vor- und Nachteile. Fangen wir vielleicht mit den Nachteilen mal an. Die Nachteile sind natürlich, wir brauchen, wir müssen Annahmen über Nutzer treffen, wenn wir das machen. Wenn wir Experten-Durchläufe machen, dann gibt es Experten, die Annahmen darüber machen, was die Nutzer wohl hinterher für Probleme damit haben werden oder welche Eigenschaften Nutzer wohl haben werden, wenn sie sich das Ganze anschauen. Und diese Annahmen, die können natürlich absolut blödsinnig sein. Sind sie meistens nicht, weil dann wären Experten keine Experten, aber es kann dazu Problemen kommen. Was wirklich ein Problem ist, kennt ihr alle, da ihr euch ja mit vielen Informatiksystemen gut auskennt, das Phänomen, dass ihr nicht nachvollziehen könnt, wie andere Leute irgendetwas nicht verstehen können. Also so ganz dumme Anfängerfehler, und das bitte ich in Anführungszeichen zu lesen und auch zu verstehen, sind für Experten teilweise nicht bedenkbar. Und das ist natürlich ein Problem, was es geben kann. Vorteile sind, dass es viel preiswerter sein kann, also mal davon ausgehen, dass der Experte selber nicht sehr teuer ist, aber ich brauche nicht so, ich brauche nicht viele Benutzer. Und es kann auch durchaus schneller gehen, denn ich brauche mich selber als Entwickler nicht irgendwie stundenlang auch dazu zu setzen, sondern ich kann das an viele Experten herausgeben, die das unabhängig voneinander betrachten und sich angucken. Dadurch ist es auch potenziell früher in der Entwicklung verfügbar und ich kann Schwachstellen finden, die Benutzer nicht finden. Das kann viele Gründe haben, also das könnten tiefergehende Schwachstellen sein, zu denen ein Benutzer im Benutzertest nicht kommt. Es können aber auch, je nachdem, was das für ein Experte ist, sagen wir mal Probleme sein, die für einen Benutzer zwar problematisch sind, die der aber nicht als Problem erkennt und nicht nennt. Zum Beispiel unser Stapeln statt um Rahmen. Also wenn wir viele Linien irgendwie sowas da drin haben oder sowas, da kann das gut sein, dass das einen Benutzer beeinträchtigt und der es auch vielleicht auch sogar länger braucht, aber dass ein Benutzer nicht auf den Gedanken kommt, das jetzt an der Stelle zu nennen oder auch zu sagen, wie es eigentlich besser sein müsste. Das sind vor allen Dingen diese Probleme, über die sich ein Nutzer gar nicht bewusst wird. Das ist ja ein Problem in dem, in diesem Ansatz des Sprechens, während man diese Dinge, diese Dinge gemacht, dass dabei eigentlich nur das gesagt werden kann, über das sich der Benutzer auch bewusst werden kann. So, das war jetzt als Video zwar relativ lang, aber als Einblick doch relativ kurz in diesen wichtigen Bereich des Testens im Bereich der Gebrauchstauglichkeit. Jetzt haben wir den Bereich Gebrauchstauglichkeit hier gehabt und in unserer Aufstellung der ganzen Bereiche und Kriterien hatten wir neben der Gebrauchstauglichkeit auch noch die Barrierefreiheit stehen und Barrierefreiheit ist auch so ein Bereich, zu dem man auch eigentlich viel und viel zu viel sagen müsste und den ich hier nicht komplett abdecken kann, aber auch da möchte ich euch noch einen kleinen Einblick geben und das tue ich im kommenden Video.